Mit dem Namen Lieblingseis für seine Eismanufaktur in Biberach hat sich Sascha mit seiner Ehefrau zusammen einen tollen Namen geschaffen. Ein pfiffiger Drack hilft dazu und ein pfiffiges Management. Auf sie wurde auch der E-Sender in Baden-Württemberg aufmerksam. Da fahre ich hin unter diesem Motto, sendet das Südwestfernsehen immer wieder Sendungen über Städte mit seinen Menschen. Mit ausgefallenen Berufsrichtungen und mit interessanten Betrieben und natürlich diesmal mit einer Eismanufaktur, die vor zwei Jahren in Biberach erfolgreich gestartet ist. Ganz klar, dass Sascha ein Public Viewing gestartet hat für diesen Abend, wenn die Sendung läuft im Südwestfernsehen. Sie kamen aus Biberach. Man sieht, wie beliebt die Eismanufaktur mit dem Eis geworden ist. Ein toller Abend. Es ist gelungen, die Eismanufaktur Lieblingseis, auch mit Hilfe von Sascha, in Szene zu setzen. Es hat ihnen gefallen. Ein warmer Sommerabend, eine kühle Eismanufaktur hier in Biberach. Saschas Eismanufaktur, so sein Eistruck, hat eine Hauptrolle gespielt in dieser Sendereihe des Südwestfernsehens. Und das hat die Biberacher alle gefreut. Denn so muss es sein, so muss Eis sein. Nämlich ein Lieblingseis, so wie für Annette vom Südwestfernsehen, hier in Biberach. Untertitelung des ZDF, 2020